Willkommen bei CollectCast Niederösterreich, dem Podcast, der Einblick in die Landessammlungen Niederösterreich gibt. Heute stellen wir mit der Wachau-Malerei einen besonderen Sammlungsschwerpunkt aus dem Sammlungsbereich Kunstvor 1960 vor. In den Landessammlungen Niederösterreich befindet sich ein hochkarätiger und umfassender Sammlungsbestand an Kunstwerken mit Bildmotiven zur Wachau, darunter bedeutende Ikonen der Wachau-Malerei. Die Werke vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts lassen in die wechselvolle Geschichte dieser Kulturlandschaft an der Donau eintauchen und geben gleichzeitig einen Überblick über rund 200 Jahre österreichischer Landschaftsmalerei. Kaum eine Landschaft in Österreich wurde in der Literatur so oft besungen und in künstlerischen Darstellungen so vielfältig festgehalten wie das Donautal der Wachau. Es waren Maler und Malerinnen, die die Landschaft der Wachau und ihre kulturgeschichtlichen Besonderheiten entdeckten, bewusst machten und verbreiteten. Zu den bedeutendsten frühen Schilderern der landschaftlichen Schönheiten der Wachau zählten Johann Josef Schindler, Thomas Ender sowie Jakob und Rudolf Alt. Der Geist der Aufklärung hatte den Wunsch gefördert zu reisen. Der frühe Tourismus beschränkte sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts allerdings im Wesentlichen auf die kleine Landpartie. Die Einrichtung der Dampfschifffahrt zwischen Wien und Linz führte ab 1837 zu einer beträchtlichen Steigerung des Personenverkehrs. Wie anhand der zahlreich entstandenen Landschaftsdarstellungen aus dieser Zeit ersichtlich ist, dürften gerade auch Künstler die neue Möglichkeit für Ausflüge in die Wachau in Anspruch genommen haben. In den frühen 1870er Jahren geriet das Donautal erneut in den Fokus der Künstlerschaft. Zu den nunmehrigen Entdeckern gehörten Leobold Munch, Robert Russ, Eduard Peitner von Lichtenfels und Emil Jakob Schindler. Lichtenfels, Professor für Landschaftsmalerei an der Wiener Akademie, führte erstmals 1872 seine Schüler Hugo Charlemont, Hugo Darnot, Adolf Ditscheiner und Karl Eduard Onken hierher, um sommerliche Mahlstudien zu betreiben. 1888 bis 1891 folgten weitere gemeinschaftliche akademische Sommerreisen in die Wachau. Unter den Teilnehmern befanden sich unter anderem Ernst Graner, Heinrich Tomek und Hans Wild. 1889 schloss sich auch Johann Nepomuk Geller an. Diese als legendär geltenden Exkursionen können aus heutiger Sicht als eigentliche Geburtsstunde der Wachau-Malerei bezeichnet werden. Nach Jahrzehnten der Hochblüte des alpinen Landschaftsbildes waren die Maler auf der Suche nach neuen künstlerischen Herausforderungen. Die Wachau lockte mit landschaftlich reizvollen Partien und erhaltenen mittelalterlichen Ortsbildern. Darüber hinaus wurden die hier anzutreffenden Lichtstimmungen gepriesen und mit Südtirol und Italien verglichen. Das Zentrum des Interesses galt anfangs Weißenkirchen. Später gewann Dürnstein größere Bedeutung. Auch Maximilian Supancic kam 1888 mit der Lichtenfelsschule nach Dürnstein. Bis zu seinem Tod im Jahr 1953 stellte er seine künstlerische Arbeit nahezu ausschließlich in den Dienst der Wachau und wurde zu einem der erfolgreichsten Wachau-Maler. Neben Landschaftsgemälden und druckgrafischen Arbeiten schuf er auch fein empfundene Studienblätter. Von denkmalpflegerischen Intentionen geleitet, ging es ihm um die Dokumentation regionaltypischer Bauformen und Besonderheiten. Er verzeichnete aber nicht nur all das, was er an der Gegend liebte, sondern wies auch auf Missstände hin, die sein Wachau-Bild beeinträchtigten. Um 1900 traten auch Fotografen wie etwa Bruno Reifenstein, Konrad Heller oder Martin Gerlach Senior auf den Plan, die sich mit ihren in Bildbänden reproduzierten Wachau-Motiven einen Namen machten. Ihre Aufnahmen wurden in Ausstellungen präsentiert und als Malervorlage in den Handel gebracht. Die Fotografie ersetzte vielfach das Skizzenbuch. Sogar renommierte Künstler wie Wilhelm Gause, Stefan Simoni, Emil Strecker, Maximilian Supancic, Paul Umbereit und Rudolf Weber zogen nachweislich Fotografien als Bildvorlagen heran. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts war die Wachau längst kein Geheimtipp mehr. Sie wurde von der Künstlerschaft regelrecht überrannt. Viele siedelten sich hier auch an. Wilhelm Gause etwa in Stein, Emil Strecker und Maximilian Supancic in Dürnstein, Johann Nepomuk-Geller in Weißenkirchen, Josef Kinzel in Joching, Karl Wickers in Mautern, Rudolf Weber in Spitz. Mit der Gründung eines Aktionskomitees zur wirtschaftlichen Hebung der Wachau im Jahr 1904 sollte die Erschließung der Wachau für den Fremdenverkehr vorangetrieben werden. Das Prestigeobjekt des Landes Niederösterreich war der Bau der Donauuferbahn von Krems nach Grein. Noch vor Inbetriebnahme wurde sie auf der Internationalen Verkehrsausstellung in Mailand im Jahr 1906 durch ein gigantisches Triptychon von Anton Hlavatschek beworben. Vor allem die Künstler und Künstlerinnen waren gefragt, um das Bild der Wachau weiterzutragen, in freier Tätigkeit oder im Bereich der Gebrauchsgrafik durch Plakate, künstlerische Postkarten und Buchillustrationen. Sie zeigten aber auch auf, wenn es darum ging, die Wachau zu schützen. Während die älteren Maler vielfach mit rückwärtsgewandtem, wehmütigem Blick ihr in jungen Jahren gewonnenes Bild der Wachau hochhielten, reifte eine jüngere Generation heran, der die Schönheit des Donautals im Wesentlichen ein Vehikel war, um künstlerische Probleme zu bewältigen. 1913 schuf Anton Feistauer gleich mehrere Ansichten von Dürnstein. Im selben Jahr malte Egon Schiele die Vedute von Stein an der Donau, drei Jahre später die Burgruine weit in Eck. Mit Josef Dobrowski, Felix Albrecht Harter, Oskar Laske, Sergius Pauser und Otto Rudolf Schatz kamen bald weitere Meister der österreichischen Zwischenkriegsmoderne in die Wachau. Es waren die Künstler und Künstlerinnen, die durch ihre Beschäftigung mit der Landschaft und den kulturgeschichtlichen Besonderheiten der Wachau einen wichtigen Beitrag zur Entdeckung und zur Bewahrung dieses einzigartigen niederösterreichischen Landschaftsraums leisteten. Dies schuf die Grundlage dafür, dass das Donautal der Wachau zum UNESCO-Welterbe erklärt wurde und wir 2020 dessen 20-Jahr-Jubiläum feiern konnten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Luftgevind? Viel Spaß! Halb福ij! Viergevind? 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 Vielen Dank.